Heute kommt eine ganz besondere Folge, denn selbst erfahrene Gründer, Unternehmer und selbst Vertriebsprofis brechen sich häufig einen ab, über LinkedIn wirklich zahlende Kunden zu gewinnen. Und wie kann das sein, dass selbst Leute, die wissen, wie Vertrieb funktioniert, am Ende Schwierigkeiten haben, über LinkedIn Kunden zu gewinnen? Am Ende sind es drei Dinge, die man geknackt haben muss und in dieser Folge werde ich dir verraten, welche das sind. Denn nur zwei davon kann man auf LinkedIn knacken und die dritte Sache passiert danach. Welche das ist und wie das Ganze funktioniert und wie du das vor allem für deinen Vertrieb nutzen kannst, erfährst du in dieser Folge. Wenn du es also endlich schaffen willst, deine Termine auch in Kunden zu verwandeln, dann solltest du diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen. Das, was du heute in der Folge hier lernen wirst, ist Teil von unserem Mentoring-Programm für LinkedIn. Wenn du also Interesse hast, die Abkürzung zu nehmen und das, was ich dir in dieser Folge zeige, nicht nur zu lernen, sondern auch direkt in deinem Unternehmen umzusetzen, dann melde dich gerne unter leadersmedia.de für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Dort schauen wir ganz genau auf dein Unternehmen, was du bereits tust, was funktioniert und schauen, ob wir dir helfen können. Und wenn alles passt und wir dir auch wirklich helfen können beim Wachstum deines Unternehmen, dann stellen wir dir gerne unser Angebot für eine Zusammenarbeit vor. Und insofern, wenn du Lust hast, mit uns wirklich zusammenzuarbeiten Tag für Tag, dann geh gerne mal bei leadersmedia vorbei. Den Link dazu findest du direkt hier unter dieser Folge. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein. Wir starten direkt mit den drei Erfolgsfaktoren für Kunden auf LinkedIn. Und der erste Erfolgsfaktor ist das Thema Reichweite mit Content zu erzielen für das Thema Vertrauensaufbau. Weil das ist tatsächlich, was wir über die Jahre beobachtet haben. Du kannst klar jede Woche Termine vereinbaren mit komplett kalten Leuten, aber dass die Leute wirklich kaufen, ist dann wirklich sehr selten. Du hast dann vielleicht zehn Gespräche, 20 Gespräche und einer kauft. Wenn du es aber schaffst, die Leute über deinen Content aufzubauen, dann hast du vielleicht nur fünf Gespräche pro Woche, aber drei oder vier davon kaufen. Und deshalb ist das Thema Reichweite mit Content so wichtig. Ich habe genug Videos dazu, die kannst du dir alle angucken. Also das bedeutet, das ist der erste Erfolgsfaktor. Der zweite ist, du brauchst einen Nachrichtenprozess für Termine. Und das ist tatsächlich auch am Anfang tricky. Das muss man auch erstmal lernen. Und da machen die Leute auch zahlreiche Fehler, wirklich Termine über LinkedIn zu vereinbaren. Manche sind zu breit, manche sind zu direkt, manche sind zu generisch, manche probieren es mit Copy-Paste-Nachrichten. Also das ist auch eine Kunst für sich. Dazu habe ich auch mehrere Videos gemacht, wo ich dir ganz genau zeige, wie du wirklich Termine über LinkedIn vereinbaren kannst. Jetzt kommen wir aber zum dritten Erfolgsfaktor, der tatsächlich nichts mit LinkedIn zu tun hat, sondern etwas mit Vertrieb zu tun hat. Und auch da sich, wie gesagt, erfahrene Sales-Profis einen abbrechen, weil es doch eine andere Form von Sales ist, die man sonst gemacht hat im Corporate-Umfeld. B2B-Sales ist LinkedIn dann doch ein bisschen sportlicher und auch anders. Das bedeutet, wir schauen uns heute mal an, den nächsten Part. Du hast Engpass 1 und 2 gelöst. Du kriegst es hin, Reichweite aufzubauen. Du schaffst es wirklich, Nachrichten am Ende hinzubekommen, Woche für Woche Termine zu vereinbaren. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese Leute abgeschlossen? Und da machen Leute wirklich grobe Fehler, beziehungsweise sind die meisten blank. Also ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, hunderte Leute begleiten dürfen, viele Gründer, viele Geschäftsführer in der Zusammenarbeit. Und ich war erschrocken, wie wenig davon wirklich einen systematischen Vertriebsprozess haben. Und wie wenig Leute eine Pipeline gehört haben, wie wenig Leute wirklich ein sauberes CRM-System haben und sagen können, wo die Leute gerade stehen, wer gerade kurz vor Abschluss ist, wer noch bezahlen muss und wer gerade Kunde geworden ist. Das mir wirklich manchmal schüttelt. Und das will ich dir heute zeigen. Ausgangssituation ist sozusagen, du hast einen Termin vereinbart über LinkedIn. Und das ist schon mal ein sensationeller Meilenstein. Ich glaube, daran scheitern schon mal 80% der Leute, überhaupt es zu schaffen, sympathisch Termine über LinkedIn zu vereinbaren. Also wenn du das geschafft hast, bist du schon ganz weit vorne mit dabei. Und jetzt natürlich die Kunst, was macht man daraus? Und das, was sich bei uns über die Zeit bewährt hat, ist, dass man ein kurzes Qualifizierungsgespräch macht oder ein Kennenlernengespräch von 15 bis 30 Minuten. Und es geht wirklich darum, die andere Person kennenzulernen. Du machst bestenfalls sozusagen die Termine natürlich nur mit Leuten, wo du auf dem Profil sagst, hey, das ist meine Zielgruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich ihr vielleicht helfen kann. Vielleicht nicht sogar heute, sondern vielleicht in ein paar Monaten. Weil ganz wichtig, und den Fehler machen ganz viele Leute, sie denken, dass man anhand des LinkedIn-Profils schon irgendwie erkennen kann, ob die Leute einen Bedarf haben oder nicht. Und das ist halt nicht so. Selbst in den Nachrichten ist es unglaublich schwierig, schon rauszubekommen, ob dann ein Bedarf ist oder nicht. So, dass man wirklich diese Überschrift vom Kennenlerngespräch mitnehmen kann und eine Qualifizierung macht. Da gibt es zwei Ausgänge. Wenn die Leute unqualifiziert sind oder einfach keinen Bedarf haben, dann kannst du natürlich sagen, hey, ich mache nochmal ein Follow-up irgendwie ein paar Monaten, wenn die Leute keinen Bedarf haben. Jetzt gerade, wenn sie unqualifiziert ist, kannst du einfach sagen, fertig, abgehackt, nächster. Wenn die Leute aber qualifiziert sind und du das Gefühl hast, hey, die haben das Problem, was ich lösen könnte, dann kommt eigentlich erst das richtige Verkaufsgespräch. Und hier machen wirklich viele Leute den Fehler, das irgendwie zu mixen. Dass sie merken in diesem ersten Gespräch, oh Mann, das ist ja eine Person, die ich super gut helfen kann. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach ein paar Minuten ranhänge und direkt versuche zu verkaufen? Not a chance. Gerade am Anfang diese Teilung sozusagen zu machen, ist absolut bewährt. Und auch bei dem Konzeptgespräch oder Strategiegespräch oder Verkaufsgespräch, wie auch immer, Beratungsgespräch, wie du es nennen willst, geht es halt darum, rauszuarbeiten, ob du der Person helfen kannst oder nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwie jemanden zu überzeugen oder etwas zu verkaufen, sondern Klarheit reinzubringen, wo die Person steht und ob du mit deinem Angebot, mit deiner Dienstleistung helfen kannst. Und es ist verrückt, wie wenig Leute wirklich auch für dieses Qualifizierungsgespräch einen sauberen Leitfaden haben. Wir haben natürlich für diese Qualifizierungsgesprächen einen sauberen Leitfaden und geben auch allen unseren Kunden diesen Leitfaden und individualisieren den natürlich auch mit unseren Kunden gemeinsam. Und gerade für das Konzeptgespräch, da sind ja wirklich alle blank. Und wenn mir dann immer die Leute erzählen, hey Robert, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann schließe ich die auch ab. Da sind wirklich meistens meine Alarmglocken ganz laut, weil das meistens die Leute sind, die super viele Leute verlieren, weil sie keinen systematischen Prozess haben, keinen systematischen Leitfaden haben, den sie durchgehen können. Und das mag als Gründer und als Unternehmen auch cool sein, irgendwie zu freestylen und das Ganze irgendwie richtig gut zu können. Aber gerade wenn man ja auch irgendwann hinkommt, dass man das Ganze übergeben kann an eine Mitarbeiterin, an Mitarbeitern. Und gerade dann braucht man natürlich ein Skript, was sich bewährt hat, was funktioniert hat. Also das bedeutet, dieses Kennenlerngespräch oder das Qualifizierungsgespräch ist immer der Einstieg, wo man einfach guckt, ist was da oder nicht? Ist man sympathisch, ja oder nein? Und dann muss man halt auch wirklich lernen, diese Brücke zu bauen. Und das ist auch etwas, was wir wirklich mit unseren Kunden trainieren. Wie schaffe ich es, diese Brücke zu bauen, dass die Leute in diesen nächsten Schritt dann gehen wollen, dieses Konzeptgespräch? Und das ist häufig auch nicht ganz einfach, das hinzubekommen. Auch das braucht Übung, ja, weil man es natürlich nicht gewöhnt ist, dass man zwei Termine macht, um jemanden abzuschließen oder häufig viel Zeit irgendwie dazwischen ist. Was kann jetzt danach passieren, nach dem Konzeptgespräch? Wenn du da einen guten Job gemacht hast und die Person wirklich Interesse an deinem Angebot hat und du wirklich merkst, dass du dieser Person helfen kannst, gibt es eigentlich zwei bis drei Ausgänge. Erstens, best case, du hast einen Abschluss und jemand sagt nach dem Gespräch direkt, wir starten mit der Zusammenarbeit. Und das ist absolut möglich. Ich würde sagen, wir haben vielleicht so eine 30-30-30-Verteilung. 30 Prozent der Leute sagen direkt ja. Dann gibt es natürlich die Option für ein Zweitgespräch. Und manchmal ziehen wir das sogar proaktiv bei uns ein, dass wir sagen, hey, schlaf nochmal eine Nacht drüber, lass uns irgendwie morgen nochmal in Ruhe sprechen, bring alle deine Fragen mit, bring alle deine Sachen mit, die dich irgendwie noch beschäftigen. Und lass uns gucken sozusagen, dass wir dann das Ganze finalisieren und loslegen. Das ist Ausgang Nummer zwei. Oder es kann natürlich rauskommen, dass irgendwas dazwischen kommt. Sei es der Chef, der irgendwie kein Budget noch nicht freigegeben hat. Sei es irgendwie, dass es dieses Jahr noch nicht reinpasst, dass irgendwas dazwischen kommt, dass man das Ganze dann auf dem Follower ablegt und dann einfach so eine Liste von heißen Kontakten aufbaut, die man in den nächsten Monaten aufgeht. Aber nach diesem Konzeptgeschritt gibt es eigentlich nur diese drei Ausgänge. Und dann führt das am Ende natürlich dazu, bestenfalls, dass du entweder dann noch das Zweitgespräch sozusagen führst, zeitnah. Und da geht es natürlich auch darum, dass die Leute dann wieder ins Follow-up wandern, die halt gut drauf sind und da abgesagt haben, weil jemand, der so weit hinten im Prozess ist, ist meisten interessiert, aber irgendwas kommt dazwischen. Dass dann der Zahlungseingang kommt und bestenfalls der Kick-Off. Das Ding, was wirklich entscheidend ist, ist nicht nur, dass man jede Station gemeistert haben muss, sondern dass man natürlich auch für jede Station die richtigen E-Mails braucht, die richtigen Skripte braucht für sozusagen die Gespräche. Und vor allem, und das ist eine Kennzahl, die ich wirklich über die Jahre erst irgendwann realisiert habe und ich glaube, mir viel Geld sozusagen gekostet hat. Ich habe sie irgendwann mal die Time to Closing genannt in Tagen. Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachtet habe, dass der Termin vor, was weiß ich, zwei Wochen war. Und bis dann sozusagen das Konzeptgespräch stattgefunden ist, sind zwei Wochen vergangen. Und was passiert ist, dass die Leute dann entweder nicht gekommen sind oder dann irgendwie abgesagt haben und sagen, hey, das ist nicht mehr relevant für sie. Und dann haben wir irgendwann diese Zahl eingeführt und gesagt, hey, wir versuchen wirklich diesen Prozess so zügig wie möglich über die Bühne zu bringen. Einfach, weil es natürlich auch professionell ist und weil man dann relativ zügig eine Entscheidung hat. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Ich weiß in kürzester Zeit, ob da was ist oder nicht. Und das Beste, was dir wirklich passieren kann, ist, dass du diesen gesamten Prozess in zwei bis eine Woche sozusagen durchziehst. Den Kick-Off kann man vielleicht außen vor nehmen sozusagen. Der kann auch ein bisschen später sein. Aber da hast du diesen ganzen Vertriebsprozess, den Termin bis sozusagen zum optionalen Zweitgespräch in einer Woche sozusagen durchführst. Bestenfalls noch kürzer. Das hat tatsächlich für uns alles verändert. Und das ist auch ein großer Unterschied, glaube ich, zwischen Corporate Sales, wenn man über Auftragsvolumen von, keine Ahnung, 50, 100.000, 500.000 spricht. Dass da häufig Monate sozusagen vergehen. Man sich mal zum Netzwerken irgendwie trifft, zum Besprechen trifft, die Angebote sozusagen macht. Das hat seine Berechtigung, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser LinkedIn-Welt so ein sportlicher, knackiger Vertriebsprozess unglaublich entscheidend ist, dass das Ganze funktioniert. Und das Spannende ist, dass auch immer wieder Kunden wirklich mit viel Vertriebserfahrung in unser Mentoring-Programm kommen und realisieren, krass, das war der Prozess, der mir gefehlt hat, um die Termine wirklich abzuschließen. Und wirklich, wenn ich dir eine Kennzahl mitgeben kann, ist es die mit Time to Closing in Tagen, weil das wirklich entscheidend ist, dass die Leute noch heiß sind und überhaupt wissen, warum sie sich bei dir gemeldet haben. Und wenn man erst zwei Wochen später oder so spricht, dann haben die meisten Leute schon komplett vergessen, worüber man eigentlich geredet hat. Und das bedeutet, es ist einfach eine extrem entscheidende Kennzahl, wenn es darum geht, die Leute erfolgreich zu zahlenden Kunden überlinkt inzumachen. Meine Empfehlung, leg diesen systematischen Vertriebsprozess einfach mal gegen deinen. Vielleicht hast du noch gar keinen oder du machst das relativ intuitiv. Leg das mal daneben, schau mal, wo du saubere Skripte hast, wie die E-Mails auch jeweils aussehen. Und natürlich eine Pipeline, bestenfalls solltest du natürlich auch in einem CRM-System aufgebaut haben. Wenn du das alles noch nicht hast und jetzt realisierst, hey, das ist so die letzte Baustelle, die mir wirklich fehlt, um die Leute zu Kunden zu machen über LinkedIn, dann melde dich gerne, wie gesagt, unter leadersmedia.de, lass uns unverbindlich sprechen, lass uns schauen, was du vorhast. Und wie gesagt, wenn alles passt, stellen wir dir gerne unser Angebot vor und zeigen dir ganz genau, wie wir dir bei solchen Themen helfen können, um deine Reichweite, um deine Termine sozusagen in zahlende Kunden zu verwandeln. Und wenn du bei dem Engpass davor noch bist, wirklich Termine zu vereinbaren, Woche zu Woche, dann melde dich auf jeden Fall, weil das ist zusätzlich unsere große Expertise, die Leute wirklich in Termine sympathisch zu bekommen über LinkedIn. Wenn du dem Video noch ein Like da lässt, dann bist du die Größte oder der Größte, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.